Hallo, heute geht es um die wundervollen Beeren, die es jetzt zuhauf gibt und ich möchte dir erzählen, was passiert, wenn du täglich von diesen wunderbaren Früchten isst. Ja, zu Recht zählen die Beeren zu den absoluten Superfoods. Egal ob Blaubeeren, Himbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren, Aroniabeeren, Granberries, die bei uns als Moosbeeren bekannt sind oder aber auch die Akainbeeren, die aus Südamerika stammen und jetzt auch den europäischen Markt erobern. Sie alle enthalten einzigartige Stoffe für unsere Gesundheit. Sie sind definitiv das gesündeste Obst und für mich auch definitiv das leckerste Obst. Schmecken also himmlisch und enthalten ganz, ganz wenig Zucker. Die Hauptwirksubstanzen in diesen wundervollen Beeren sind die sekundären Pflanzenstoffe. Und diese entfalten eine enorme antioxidative Kraft gegen die freien Radikalen, die in unserem Körper immer vorhanden sind und bürgen auch somit für ein richtig gut funktionierendes Immunsystem. Außerdem schützen sie noch zusätzlich unsere Leber und auch unser Gehirn. Sekundäre Pflanzenstoffe haben sich im Übrigen im Laufe der Evolution entwickelt, um ihre samenverteilende Fruchtesser anzulocken und sie gleichzeitig aber auch vor Schädlingen zu schützen. Und das schaffen diese Beeren nur mit ihren unglaublichen Farben und mit ihren ganz intensiven Aromen. Für uns Menschen sind diese Antioxidantien tatsächlich die Substanzen, die jede unserer ungefähr 90 Billionen Zellen vor diesen freien Radikalen schützen. Und nicht umsonst spricht auch die Ernährungsmedizin davon, dass Krebszellen überhaupt keine Beeren mögen. Das heißt also, bei dieser Erkrankung soll ganz, ganz viel von diesem Obst gegessen werden. Ich weiß nicht, ob ihr in diesem Zusammenhang auch vielleicht dieses Buch kennt, Krebszellen mögen keine Himbeeren, das wirklich vor ein paar Jahren ein Bestseller gewesen ist. Insbesondere in Himbeeren und auch in den Erdbeeren sind die sekundären Pflanzenstoffe namens Elaksäure und in den Heidelbeeren, in den Brombeeren und Azaibären Anthocyaner in ganz, ganz großen Mengen enthalten. Und diese Stoffe schaffen es tatsächlich, dass diese freie Radikale, nochmal, das sind diese hochaggressiven Substanzen, die auch für unseren Alterungsprozess mitverantwortlich sind, nämlich diese hochaggressiven Sauerstoffverbindungen zu fangen und unter Kontrolle zu halten und sie letzten Endes auch, ja, aktionsunfähig zu machen. Und außerdem blockieren diese sekundären Pflanzenstoffwechsel tatsächlich auch noch Stoffwechselwege, die für die Entstehung von Krebszellen von Bedeutung sind. Denn durch diese hochbioaktiven Substanzen wird die Bildung neuer Blutgefäße zum Beispiel zu den Krebszellen einfach gestört und geblockt und somit mindert sie natürlich deren Versorgung. Also die Krebszellen werden dann nicht mehr versorgt mit Sauerstoff und Nährstoffen und sterben dann ab. Sie können sich nämlich nicht mehr teilen, tja, und verhungern quasi. Der hohe Gehalt von Beeren an Vitaminen und Mineralien und natürlich auch an Spurenelementen und an ganz wundervollen gesunden, anti-entzündlichen Fettsäuren bringt unseren gesamten Stoffwechsel in ein noch besseres Gleichgewicht und fördert damit die Gesundheit. Die Kombination all dieser Wirkstoffe und die daraus entstehenden positiven Effekte und Synergien erklärt die einzigartigen Eigenschaften eben dieser Beeren als wahres Gesundheitselixier. Geht jetzt auf den Markt, kauft davon in Hülle und Fülle und natürlich je frischer, umso besser. Und esst jeden Tag 1-2 Kilo von diesen Beeren. Wissende alte heilkundige Sätze und Beeren-Diäten, im Übrigen bei fiebrigen Krankheiten, bei Gelenkbeschwerden, bei Blasen- und Nierenerkrankungen, zu deren Heilungen schon ewige Zeiten ein. Ja und noch was, je dunkler die Beeren, desto mehr dieser wundervollen Stoffe stecken in ihnen. Also kauft die ganz dunkelroten Erdbeeren, die kräftig leuchtenden dunklen Himbeeren oder die fast ganz schwarzen Brombeeren. Aber auch natürlich sind die dunkelblauen Heidelbeeren und auch die schwarzen Johannisbeeren viel, viel besser als zum Beispiel die weißen Johannisbeeren. Also eher rot oder schwarze Johannisbeeren und die weißen Johannisbeeren, naja, vielleicht als Zierde kann man die auch essen. Diese Regel gilt im Übrigen auch für alle Obst- und Gemüsesorten. Je intensiver die Farbe, desto höher sind die krebsbekämpfenden Eigenschaften und generell die alterungs- und krankheitsprozessverzögernden Wirkungen. Also, desto besser ist es dann natürlich für eure Gesundheit. Ja und meine Idee, wie wäre es denn mit einer leckeren Speise, mit einer Beerenkaltschale, die im Übrigen viel, viel besser schmeckt als jedes Eis. Gebt einfach eure Lieblingsbeeren, die ihr am besten jeden Tag variiert und am besten immer frisch kauft, kurz in den Mixer. Fügt je nach Geschmack etwas frische Minze oder eine Dattel, vielleicht auch ein Stück Banane oder eine Avocado hinzu und füllt dann das Beerenpüree in eine wunderschöne Schale. Und dann verziert ihr es einfach mit frischen Nüssen, auch in Lieblingsnüssen. Meine Lieblingsnüsse sind Macadamia-Nüsse, außerdem jeden Tag zwei Paranüsse essen, die kann man auch da drauf tun, Kokosraspeln könnt ihr auch noch verwenden und zerstoßene Kakaobohnen. Und ihr werdet im beerigen Gesundheitshimmel schweben, wenn ihr genau diese Beerenkaltschale dann esst. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch wirklich einen ganz, ganz guten, gesunden Appetit und ich freue mich wie immer, wenn der Daumen nach oben geht und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und vielleicht habt ihr noch ganz tolle Beerenrezepte. Unten im Kommentar ist ganz viel Platz, aber vielleicht auch noch der eine oder andere Hinweis zum Thema Beeren. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020